Musik Ciao a tutti und herzlich willkommen! Heute machen wir einen exklusiven Abstecher ins berühmte Pompeji, die antike römische Stadt am Vesuv, die 79 nach Christus unter meterhoher Lavaasche begraben wurde. Plinius, der jüngere römische Anwalt und Senator, war Augenzeuge der unglaublichen Katastrophe und beschrieb sie in zwei Briefen an den Historiker Tacitus. Fast 1700 Jahre wurde die Stadt so unfreiwillig für die Nachwelt konserviert. Seit 1748 wird hier systematisch gegraben. 75% der antikrömischen Stadt sind aber noch unter der Lava versteckt. Das ist die Villa del Fauno, die Villa des Fauns, nach dieser Faunskulptur benannt, die später viele Künstler inspirierte. Der Besitzer dieser Villa war von der griechischen, aber auch ägyptischen Kultur fasziniert. Pompejs beste Stücke kann man im Archäologischen Nationalmuseum in Neapel bewundern. Aber nicht nur Pompejs einzigartige Fundstücke. Dieser antiker Herkules, der nicht nur Michelangelo beeinflusste, wurde in Rom gefunden und dann nach Neapel gebracht. Auch die weltberühmte Stilskulptur, die zur sogenannten Farnese-Sammlung gehört. Aber das absolute Highlight des Museums stammt wiederum aus Pompeji. Es ist dieses monumentale Mosaik aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Es stellt die legendäre Schlacht Alexander des Großen gegen den König Darius III. von Persien dar. Die Schlacht von Issus oder Gaugamela, die den jungen mazedonischen König im 4. Jahrhundert vor Christus unsterblich machte. Eine Restaurierung dieses grandiosen Mosaiks ist jetzt unbedingt nötig. Wir werden zunächst das gesamte Mosaik abnehmen. Dann wollen wir mit den modernsten Techniken genau feststellen, ob das Mosaik nur auf der Oberfläche beschädigt ist oder ob auch der Untergrund Schäden aufweist. Denn es könnte sein, dass die jetzt sichtbaren Oberflächenschäden vom Untergrund her rühren. Dieses sensationelle Mosaik, das die römische Kopie eines griechischen Originals ist, wurde 1831 in Pompeji entdeckt. Die Entdecker des Bodenmosaiks machten den Fehler, es aus der Villa del Fauno abzunehmen und 1844 nach Neapel zu bringen. Für die sieben Tonnen schwere Ladung waren damals 16 Ochsen notwendig, die die Karren mit der wertvollen Ladung zogen. Unterwegs passierte jedoch ein unheilvolles Malheur. Teile der Ladung fielen von den Karren und gingen zu Bruch. Hier im Archäologischen Nationalmuseum wurden die Puzzlestücke dann wieder zusammengesetzt. Bei der Restaurierung geht es in erster Linie darum, dieses großartige Mosaik zu erhalten. Damit dies geschehen kann, müssen wir jedes Detail dieses einzigartigen Meisterwerkes erforschen. Die jetzige Restaurierung wird voraussichtlich bis 2022 dauern. Interessierten können auf der Website des Museums die einzelnen Phasen der Restaurierung verfolgen. Vergesst bitte nicht unseren Kanal zu abonnieren, falls es euch gefällt und vergesst auch nicht unsere Post zu kommentieren. Und damit Arrivederci alla prossima.